Liebe Geburtstagskinder, die vom 19.12. bis 25.12.2016 Geburtstag haben, euch allen gratuliere ich von ganzem Herzen. Eure Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Möchtet ihr allerdings mehr erfahren, was das neue Lebensjahr für euch noch so bringt, dann ruft mich an oder nehmt den Kontakt zu unserem Top-Astrologen auf. Doch nun hört euch die Kurzprognose an. Eines ist sicher, im kommenden Lebensjahr kommt man an dir nicht vorbei. Durch dein gesteigertes Durchsetzungsvermögen wirst du dich selbst übertreffen. Vor Konfrontationen hast du keine Angst, keine Scheu, denn im richtigen Moment wartest du mit gezielten Argumenten bei wichtigen Gesprächen oder Verhandlungen auf. Doch eines musst du wissen, manches kann sich verzögern. Vielleicht liegt es an Kleinigkeiten, was leider nicht zu ändern ist. Dann ist Geduld gefragt. Ärgere dich nicht darüber, sondern bleibe am Ball. So wird dir zum Schluss alles gelingen und du wirst Freude über deine Erfolge haben. Dein Geschenk der Sterne ist Deine Affirmation für dein neues Lebensjahr ist Das Universum beschützt mich und das gibt mir Sicherheit. Ich wünsche euch alles Gute für das neue Lebensjahr. Glück, Erfolg und Gesundheit. Herzlichst, eure Deria. Deine Affirmation für dein neues Lebensjahr